Ich wurde gebeten, ein bisschen etwas über die Jugendarbeit hier in Hafstädt zu erzählen. Das mache ich doch gerne. Das mache ich gleich in Form eines Vlogs. Ein paar unserer Teamer, die sind gerade bei einem Fotoshooting für ihr Krippenspiel. Und da gehen wir jetzt direkt mal rein. Oh! Was ist denn hier los? Geil. Mhm. Es gibt ja drei bis vier Treffen oder Angebote pro Woche, die hier unsere Teamer machen. Was macht ihr denn so? Jugendgottesdienst. Unser Herr Jesus Christus. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Konfi-Arbeit. Kinderkirche. Kindergruppe. Konfi-Freizeit. Jugendband. Teamatreff. Das ist der Jahresplan Teamarbeit und der ist noch nicht voll. Was ist cool? Und da alle hoch. Kirche. Was ist cool? Kirche! Technik. Jugendgruppe. Kinderbetreuung. Modernen Gottesdienst. Thema-Freizeit. Winter ist alles sauer. Sounds are fun. Krippenspiel. Kirchenkreis-Jugendkonvent und Sprengel-Jugendkonvent. Wie sieht das eigentlich auch so Technik in der Kirche? Können die mir das mal zeigen? Dein Licht ins Tag über dir, über mir. Einmal haben wir hier Jörger am Ton. Hier ist dann der liebe Hannes, der macht das Licht. Und dann haben wir noch Bennet, der macht immer Präsentationen. Torben ist bei den Kameras. Ja, Torben spielt schon wieder mit der Kamera. Manchmal seid ihr auch abends alleine in der Kirche, macht hier so quasi ein bisschen Junggruppe für euch und dann wird hier auch lustig Musik gehört. Wie hört sich denn das dann an? Der Himmel leuchtet gut und ich singe neues Land.